Ein herzliches Hallo von mir an euch! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rogue City. Äh, ich beeile mich, okay? Ist nicht so, dass wir nach unten müssten. Aber ich erst mal hochgehe. Aber ich beeile mich wirklich, dass wir in der Mainquest vorwärts kommen, okay? Ich verspreche es. Ist nix. Kann ich den jetzt öffnen? Weiß. Ich sag mal so, straf... Äh, wie war es das? Strafbestandteile... Ja, Beweise und so. Habe ich aber hier echt genug gefunden. Daran sollte es jetzt nicht scheitern, dass ich eine schlechte Bewertung oder so bekomme. Würde ich mal behaupten. Ich weiß nur noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Wie wir nochmal in die anderen Stadtteile zurückkommen. Bisher war es ja immer nur so, wir sind ins Auto gestiegen und irgendwo hingefahren. Ob das nach Storyende dann ist, dass man nochmal die ganzen Tresore und so öffnen gehen kann, die man bisher nicht öffnen konnte. Weil man die Fähigkeit noch nicht dazu hatte. Ich kann mich hier nirgendwo verstecken, ne? Das ist schlecht. Und einer ist noch... Da hinter der Wand. Wenn ich das... Ja, auf das Ding schießt, wenn ich davor stehe. Gut. Wo müssen wir lang? Nach da. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, dass wir hier jetzt überall noch mehr Blut sehen. Aber das war nun mal bei der Platine... drauf. Ganz ehrlich, wenn jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche Hirnteile rumfliegen, finde ich es auch schwierig. Aber gut. Darauf haben wir jetzt keinen Einfluss. Ich hoffe mal nicht, dass das Haus jetzt hier auch richtig krass vermint ist. Und ich jetzt hier noch in irgendwas reinlaufe. Ja, wo bist du? Da ist noch einer. Der war nicht tot, oder? Ich habe den nur am Arm getroffen. Hat er nicht die Granate geworfen? Habe ich mich wohl verguckt. Irgendwie ist es immer schade, nur wegen 2% und so zu heilen, aber... Na gut, das war er vielleicht jetzt wirklich doof. Ich komme auf den Rückweg hier bestimmt nochmal langen Weg nach draußen. Hat der was geworfen? Ich will immer super schnell wegrennen und ich habe es immer noch nicht ganz intus, dass Robocop einfach nicht schnell laufen kann. Egal wie sehr ich Schiff durch meine Tastatur durchdrücke, Robocop wird nicht schneller laufen. Okay, jetzt wieder mal schief. Ich glaube, wer nicht so gesehen ist. Okay. Gut. Oh Gott! Ich hätte tatsächlich vielleicht warten sollen mit der Heilung. Muss ich mir erzählen, hier ist noch so ein Ding. Ach, da. Der lebt immer noch. Oder wer schießt da jetzt? Der zur Hölle schießt hier! Uh! Gut. Jetzt könnte ich die Heilung gebrauchen. Aber hier ist auch kein... Sicherungskasten oder so. Hier geht's dann wahrscheinlich raus schon, ne? Waren wir hier schon? Ja, hier liegen Waffen auf dem Boden. Okay. Dann müssen wir jetzt hier lang. Dann müssen wir jetzt hier lang. Die Heilung. Wir sind am Ziel. Nicht alles, was da glänzt. Warnbestand Bezeichnung. Niedrigwertige Waffenbehälter, Radkappen für Polizeifahrzeuge, hochwertige Waffenbehälter, Reifen, Blutkisten, Helme, Ton. Okay. Warum habe ich schon wieder einen Schaden? Ach so, es hat mich nicht ganz hoch geheilt, ne? Ach, egal. Oder? Aber wir kommen ja hier nicht mehr her. Falsche Taste. No! Wieso kann ich nur noch auf 99 Pro... Jetzt habe ich eine Heilung verschwendet. Wieso kann ich nicht mehr auf 100% geheilt werden? Äh... Warum? Hier war auch keine Heilung mehr, ne? Oder war hier eine? War das hier, wo ich gesagt habe, wir merken uns, hier ist eine Heilung? Egal. Ich bin selber schuld. Ich dachte, ich habe die falsche Taste gedrückt. Und habe deswegen dann nochmal heilen gedrückt. Naja. Bin ich wenigstens selber schuld. Die Musik schon wieder. Letztens beschwert, dass zu wenig Musik in dem Spiel ist. Aber wenn jetzt... Oh. Wenn jetzt hier nur noch Musik in dem Spiel ist... Ist das auch anstrengend, weil ich jetzt die ganze Zeit hier mit Gegnern rechne. Was ja wahrscheinlich auch so sein soll, ne? Wir sollen uns hier schön... ...einmachen vor Angst. Und ich sag's euch, das Spiel schafft es auf jeden Fall. Ich habe sehr viel Respekt. Ich hoffe jetzt nicht, dass die... ...die Min jetzt wieder da sind. Oder zumindest nix. Wir haben jetzt nur noch Main Quest. Aktuell hier. Ja. Das ist schon wieder so eine Pampe. Ja. Das ist schon wieder so eine Pampe. Ich sehe die Gegner von hier nicht. Oh. Stehen die schon drunter unter der Schlaggerschaufel? Nee, ne? Oh. Die zwei da hinten haben... ...diese Maschinengewehre. ...einer ist down. Das weiter ist down. Okay. Kann ich mich jetzt auf die Minen konzentrieren? Cool. Aber brauche ich die... Oh, ich hätte doch auf die Schaufel schießen können, oder? Ich kann das hier irgendwie nicht richtig einschätzen, perspektiventechnisch. Wären die beiden Scharfschützen unter der Schaufel gewesen? Also... ...dass ich es zeigenaj- Entweder funktioniert das nicht oder hier war keine Miene mehr. Ich freue mich wenn wir wieder im Revier sind und ich mal drei Minuten durchatmen kann. Und da war auch grad noch was. Da hat es doch grad rot oder ist die mit hochgegangen? Ja okay, ich hätte auf das Ding schießen können, wollte ich aber nicht, wäre zu einfach gewesen. Wir holen uns die Waffen, aber das sind gar nicht solche Waffen, schade. Wir hatten einfach so Snipeys. Gut, sollen wir rein? Okay, wer ist hier nicht? Boah, die Musik die ganze Zeit, die lässt mich nicht entspannen. Oh, cool, Musik ist weg, aber wir haben trotzdem noch die Waffe gezückt. Jetzt bin ich übrigens wieder auf 100%, sehe ich grad. Hallo? Oh, hier wurde gefilmt. Oh, 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 da sehe ich ja gar nichts. Aber ich meine, es steht halt hier. Das hat doch bestimmt einen Grund, oder? Oder? Hilft mir doch. Hilft mir. Probier- ... ... ... Oh, are you okay? I am in the freezer. What is the freezer even doing there? They used it to store Briggs' body. Oh, so that means... He was not the only victim. More bodies? That's insane. I'm getting you back up, even if it gets me in trouble. The only person, who should expect trouble, is Spike. Oh no. Mir tut der Sohn von Briggs' leid. Aber es sind alles Männer hier. Ich mach's jetzt nicht besser, aber... Oh no! Oh, Briggs! Aber wir kriegen Verstärkung. Ich mein, jetzt wär ich auch da. Na? So ist nicht... Robocop, all available patrol cars are coming to support you. I've told them to meet you by the old workers building. According to reports, it's part of their headquarters. And Robocop... I'm sorry it took so long. I hope you can forgive me for the freshness attitude. I was just trying to do my best. Hätte das Scharfschützengewehr mitnehmen sollen, oder? Ich glaub, das war da nicht ohne Grund. Kann das sein? Und dann... Kommen wir da nochmal zurück... hin? Oh... Oh... Nun. Das hat ja jetzt keiner ahnen können, dass sie das jetzt wegräumen. Nein, das ist despawned. Okay, dann haben wir jetzt keine Wahl. Dann arbeiten wir jetzt mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Kacke. Ah. Oh, die Gegner sind weg. Guckt mal. Die Gegner sind weg. Das ist ja entspannt. Doch nicht. In der Ferne verborgen. Nein. Ich habe ein Problem, Chat. Äh, Chat. Zuschauer. Ich bin getroffen. Down. Down. Was? Die zwei sind schon weg? Jetzt hätte ich das nutzen können. Guckt mal, ich habe mir die Option erst schon geklaut, als ich die Schaufel geöffnet habe. Ich wollte es ja jetzt nur spannender machen. Alles für die Klicks. Hallo? Ist hier noch jemand? Verst du denn? Was ist hier? Dann bin ich ja jetzt nicht. Ich habe das Video. Ich bin jetzt nicht zufrieden. Ich habe nicht zufrieden, dass ich es in dieser Haus genommen bin. In dem Gebäude war auf jeden Fall ein roter Laser. Jo, die machen echt Schaden. Puh, ich habe nicht die Waffe, die ich dafür haben sollte. Das ist super gemein. No. Don't do this to me. Ist er down? Ja. Der wurde mir nicht mal angezeigt. Oh Gott. Down. Okay. Oh. Ich mag das nicht. Hilfe. Okay, down. Genau. Noch drei. Und eigentlich alle in die Richtung. Eigentlich. Den da hat es mir auch nicht angezeigt. Das ist irgendwo ein roter Punkt. Und wieder vier. Oh Gott, das ist auf. Ich hechte. Das ist ein betrachter. Das ist ein legion. Oh Gott. Du bist also klar. Oh Gott. Oh, das war knapp. Jetzt gar nicht, ob ich den von hier schon kriege. Ich hoffe nur, es schießt mir keiner irgendwie in die Beine. Hat mich jemand gesehen? Ja. Oh, äh, Folge ist zu Ende. Ja, hey, wir machen hier das nächste Mal weiter. Freut ihr euch auf morgen? Ich freu mich auf morgen. Ähm, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns an dieser Stelle morgen wieder. Und ich hoffe, wir überleben das. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und ja, bis morgen. Macht's gut. Einen schönen Tag euch noch. Bye, bye.